Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Lichtleben Lieblingsort, der Podcast zur neuen Stadthalle Karlsruhe. Haben Sie sich schon mal gefragt, wo Sie die perfekte Location für Ihre Tagung, Konferenz oder Kulturveranstaltung in Karlsruhe finden? Sie haben sie gefunden. Wir präsentieren die Stadthalle im Kongresszentrum Karlsruhe, das Herzstück eines der größten innerstädtischen Kongresszentren in Deutschland. Mein Name ist Nadine Knobloch und heute spreche ich mit Britta Wirth. Sie ist Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe. Hallo Frau Wirth, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo liebe Frau Knobloch. Mal als Initialfrage, was verbinden Sie selber denn eigentlich mit der Stadthalle? Oh ja, das ist sozusagen das Initial meiner Geschäftsführungstätigkeit, denn in dem sogenannten ehemaligen Clubraum durfte ich mein Vorstellungsgespräch führen, damals mit dem Aufsichtsrat. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich abgeholt wurde. Ich war nebendran im NovoTel kurz sozusagen zwischengeparkt und durfte dann in Begleitung des damaligen Personalberaters in die Stadthalle gehen und dort tatsächlich meine allerersten Vorstellungsworte sprechen gegenüber dem Aufsichtsrat. Das war ein sehr initiales Erlebnis. Es hat ja geklappt. Und eine weitere ganz schöne Begebenheit, ich war gerade unlängst im Rathaus zu einer Besprechung und habe dort einen Flyer gefunden und zwar der Original-Flyer der damaligen Stadthalle. Zur Eröffnung wurde dieser aufgelegt und das sind so fantastische Beschreibungen dieser wertigen Architektur, auch der ganzen Ideen, die die Architekten und Planer da umgesetzt haben, die wir ja heute weiterentwickelt haben und dieses Gebäude dann jetzt nach der Modernisierung quasi mit diesen alten Ideen in neues Leben überführen. Sie haben ja schon jetzt angefangen, so ein bisschen zu erzählen. Können Sie vielleicht den Leuten, die das vielleicht nicht so wissen oder sich jetzt neu fürs Messewesen interessieren, sagen, was genau denn Ihre Aufgabe als Geschäftsführerin ist? Was machen Sie ganz genau? Als Geschäftsführerin habe ich natürlich sehr, sehr viele Aufgaben und auf der anderen Seite wenige zugleich, denn ich bin ja nicht in dem Sinne operativ tätig, sondern ich leite, ich führe zusammen die Geschäftsbereiche Messe und Kongress bei uns als zwei strategische Geschäftsbereiche. Und ich koordiniere natürlich die Strategie und die Struktur und beschäftige mich natürlich auch mit all den Dingen, die möglicherweise von der Problematik so sind, dass sie in der operativen Ebene Licht gelöst werden können. Das kommt dann zu mir. Und zum Zweiten berichte ich natürlich auch unseren Gesellschaftern, das ist die Stadt Karlsruhe, über die Ergebnisse, über die Planungsvorschau, über die Messen. Und ansonsten bin ich natürlich Messefrau mit Leidenschaft. Ich tue das seit dem 1.7.1996 und habe, glaube ich, relativ viele Ideen auch hier nach Karlsruhe gebracht und konnte damit auch hier ein Stück weit vielleicht meine Handschrift auf dem Messeportfolio und auch auf dem Kongresswesen hinterlassen. Da Sie das gerade ja schon so ein bisschen ausgeführt haben und jetzt auch die perfekte Person sind, um das zu beantworten, was für eine Bedeutung hat denn die Stadthalle im Gesamtkonzept der Messe? Eine enorme. Sie ist die tragende Säule innerhalb unseres Geschäftsbereichs Kongress. Denn sie nimmt am Standortfestplatz vielleicht äußerlich eher eine unscheinbare Funktion ein, aber wenn man mal in das Innere blickt, sieht man, welche fantastischen Räumlichkeiten sich dahinter befinden. Und hier haben wir für Kulturveranstaltungen, für Kongresse bis zu 4000 Personen eine perfekte Location, die sich auch in sich innerhalb des Gebäudes noch mal runterbricht, in alle möglichen Arten von Räumlichkeiten. Das sind Foyers, aber auch Säle. Das sind festbestuhlte Säle wie der Bramssaal. Aber das sind auch wunderbare, lichtdurchflutete Räume im Erdgeschoss oder auch Workshop- und Tagungsräume, die neu entstanden sind im zweiten Obergeschoss. Das heißt, Sie sehen alleine an dieser Raumvielfalt, die sich hinter dieser klassizistischen Fassade verbirgt, eine unfassbare Möglichkeit an Kombinationen für die unterschiedlichsten Veranstaltungen. Und das wird natürlich jetzt noch unterstrichen durch dieses gesamte Lichtkonzept. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, das Gebäude in der Farbe erstrahlen zu lassen, wie es dem Veranstalter beliebt. Und ich glaube, damit haben wir etwas ganz Neues geschaffen, auch sicherlich unter dem Thema Digitalstandort Karlsruhe. Denn ein solches Lichtkonzept ist natürlich heutzutage nur digital umsetzbar. Gibt es denn noch andere Innovationen, die bei der Modernisierung jetzt dazu kamen, die Sie als besonders wichtig erachten, gerade auch, weil Sie gerade das Lichtkonzept angesprochen haben? Das Lichtkonzept ist sicherlich ein ganz außergewöhnliches, was wir hier auch präsentieren. Ich habe alleine die Herstellung beispielsweise der Kuppelleuchten, die im Weinbrennersaal zukünftig zu sehen sein werden, sind nicht nur so ausgestaltet, dass Sie dann auch digital über LED-Systematik in allen Farben und auch Stimmungen erscheinen können. Und das Ganze natürlich auch pulsierend oder ruhigstellend oder in unterschiedlichsten Formaten. Ich glaube, das ist schon mal was ganz Tolles. Denken Sie an eine Karnevalssitzung, wo plötzlich die Decke aussieht wie riesige Konfettis. Und alle sind durcheinander bunt und auch unterschiedlich angeordnet in unterschiedlichen Größen. Das macht richtig Spaß, das auch zu programmieren und damit dem Saal ja sozusagen eine Lichtregie zu geben, die der Veranstaltung angepasst ist. Ich glaube, das wird schon mal ganz ziemlich cool und ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich habe eine so eine Kuppelleuchte schon mal aufgehangen gesehen und allein eine einzige ist eine Wucht. LEDs haben Sie jetzt gerade schon angesprochen. Nachhaltigkeit spielt ja ein großes Thema bei dieser Sanierung oder Modernisierung der Stadthalle. Wie fügt sich das auch in das Gesamtkonzept der Messe ein? Die Messe legt ja wirklich Wert auf Nachhaltigkeit. Wir sind jetzt als erste Messegesellschaft in Deutschland EMAS validiert. Das heißt, wir haben ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem, was uns verpflichtet, jedes Jahr stärker auf unsere Umweltziele einzuzahlen. Das wird auch entsprechend monitort und auch von außen begutachtet. Das heißt, ja, das Thema Nachhaltigkeit ist eine von unseren drei Säulen neben der Kundenorientierung, dem Dialogprinzip und ist auch das Nachhaltigkeitsprinzip eines unserer drei Handlungsprinzipien. Deshalb ist es uns vor allen Dingen auch sehr daran gelegen gewesen, auch die Dauer der Modernisierung der Stadthalle zu nutzen, gemeinsam mit der Bauherrin der Stadt Karlsruhe immer wieder darauf zu schauen, was können wir denn auch an Effizienzmaßnahmen bei einem bei solchen Gebäudebetrieb auch im Nachhaltigkeitssinn dort platzieren. Und da ist jetzt neben beispielsweise dem grünen Dach die PV-Paneele oben auf dem Dach sind auch solche Dinge entstanden, wie Konzepte beispielsweise mittels geothermischer Bohrungen, dann auch die Beheizung und auch die Kühlung im Sommer. Die Sommer werden ja in Karlsruhe immer wärmer, sodass wir auch da ein gescheites Kühlungskonzept brauchen, was idealerweise eben nicht mit elektrischer Kühlung einhergeht. Des Weiteren haben wir natürlich auch gesagt, dass die Sanierung des Hauses mal per se eine ganz nachhaltige Geschichte ist, denn dort stecken wunderbare und auch sehr wertvolle Materialien. Alleine das ganze CO2, was man ausstoßen würde, um diesen Beton wieder neu herzustellen. Das wäre ein absolut aus meiner Sicht nicht nachvollziehbare Verschwendung gewesen. Und insofern haben wir einerseits in der Entscheidung, das Haus, trotz aller Schwierigkeiten, die wir hatten, die kann man auch nicht wegreden, jetzt sozusagen in seiner Konsistenz beizubehalten und durch intelligente Technologie im Bereich Lichtbeheizung und auch Gebäudetechnischer Steuerung hier auch Energie einzusparen, zukünftig im Betrieb. Ich glaube, das sind wichtige Komponenten, die wir hier im Rahmen unserer Nachhaltigkeitssituation auch gut jetzt durchsetzen konnten. Gibt es denn Veranstaltungen, auf die Sie sich jetzt schon freuen in der neuen Stadthalle? In jedem Fall freue ich mich auf die zukünftigen Ausgaben der Hochzeitsmesse, der Karlsruher Hochzeits- und Festtage. Da ist es eine Wonne zu sehen, wie beispielsweise dann im Thomasaal die Brautkleider vorgeführt werden, wie man dann flanieren kann rund um den Weinbrennersaal, um dort beispielsweise auch Hochzeitsspezialisten, Schuhe, Brautkleider, Kosmetik und dergleichen auch dann auch sich anzugucken. Und das wird mit Sicherheit eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, die sich auch dort wieder in der Stadthalle zeigen wird. Aber es ist auch für uns wichtig, die Stadthalle als Ort für Bürgerinnen und Bürger zu konzipieren. Und hier sind wir derzeit dabei, ganz viele Gespräche zu führen, Formate zu finden, von entsprechenden Empfängen auch für Bürgerinnen und Bürger, repräsentative Veranstaltungen und natürlich ganz große internationale und wichtige renommierte Kongresse. Ich nenne beispielsweise mal den Deutschen Anwaltstag, der sich in Karlsruhe dann wieder einfinden wird in den nächsten Jahren. Und das sind natürlich Highlight-Veranstaltungen, wo die Stadthalle auch eine große Rolle spielen wird. Vielleicht kurz zum Schluss für alle, die jetzt super neugierig geworden sind auf die neue Stadthalle. Wie würden Sie die neue Stadthalle mit Ihren Worten beschreiben? Sie hat etwas ganz Individuelles schon von ihrer Lage auf dem Festplatz in diesem Ensemble, neben Konzerthaus, Schwarzwaldhalle, Gartenhalle, neben dem Nouveau-Hotel wird sie meines Erachtens das Herzstück dieses Kongressgeschäftes in Karlsruhe weiter darstellen. Und ja, ich freue mich auf eine schöne, weiterentwickelte, gute Architektur. Vielen Dank, Frau Wirtz, dass Sie da waren. Danke für die Einblicke. Sehr gerne. Freut mich auch. Das war es für dieses Mal mit Licht, Leben, Lieblingsort, der Podcast zur neuen Stadthalle Karlsruhe. Bis zum nächsten Mal und bis dahin. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.